Herzlich Willkommen zurück zu Enslaved. Ja, haben das letzte Mal hier zwei Mechs die uns im Visier hatten platt gemacht und gehen jetzt hier weiter. Da unten liegt ein Orb, aber erstmal hier hinten gucken. Hier liegt nämlich auch noch einer. Ah, sonst ist hier keiner. Außer hier. Das meiner. Hier ist auch nichts. Mal gucken, wo es hier weiter geht. Ah, hier haben wir wieder. Müssen wir ihr wieder helfen. So. Dann schauen wir mal. Uiuiuiui. Aber ich gehe hier schon wieder langsam. Ah, das auf jeden Fall. So. Ihr denkt wohl, ich habe euch nicht gesehen. Ja, ja. Aber hier drüben sind ja auch Orbs. Ich muss alles genau checken. Da ist sie. Okay. Immer der Orbsspur folgen. Da ist keiner. So. Aber hier sind noch Orbs. Mädel, die muss ich mir erst holen. So. Jetzt haben wir hier alles abgegrast. Ja, mal sehen, was sie will. Was willst du denn? Na, die Farben finde ich auch richtig klasse hier. So rot und so. Also nicht, dass alles jetzt so grün ist, nur. Minen. Ich glaube, ich kann da was machen. Ich glaube, ich kann da was machen. Folge mir. Können noch, äh. Ja gut, wir sehen jetzt die Minen nicht. Das blöde. So. Was hat sie denn? Oh mein Gott. Ja, das kann ja ein... Das kann ja ein Spaß werden. Aha. Ja, das könnte ich, ne? Mal sehen, wie er sie hochschmeißt. Zack. Ja, das meinte sie so. Oh je. Da. Da ist gleich eine. Ja. Da hinten ist auch eine. Aber ich gehe erst mal hier gucken. Hier ist nichts. Okay. Dann wollen wir mal gucken, ob er die kriegen kann. Komm her, du. Da unten war, glaube ich, noch ein... Moment mal. Ging es hier nicht noch? Ne, hier ging es nicht weiter. Naja, man muss sich jetzt hier nicht beeilen. Man fängt die dann, äh, sowieso. Zack. Zack, zack, zack. Drüber da. Ui, ui, ui. Verdammt nochmal. Aber ehrlich mal. Danke. Da sind Ops. So, jetzt aber. Na, immer noch nicht. Komm her. Kleine Watte. Da habe ich Ops gesehen. Hey, Monkey. Was für ein Tag. Geh doch mal da rüber. Nein. Ich will da hin. Genau. Gut, die habe ich jetzt, äh, gesehen und wusste auch, dass da welche sind. Hast du sie schon gefangen? Nein, nein, nein. So schnell geht das auch nicht. Bisschen Geduld. Aber da drüben kriege ich sie ja dann. Aber vorher... ...hull ich mir noch den Orb hier. ...hull ich mir noch den Orb hier runtergekommen. So... So, jetzt habe ich sie. So, war hier noch irgendwo was? Ne. Konnte man auch nirgendwo hoch springen noch mehr? Ne. Aber unten hatte ich noch einen Orb gesehen vorhin. Den wir vergessen hatten. Oh, den holen wir uns gleich. Lassen wir sie erst mal... ...das mit der Libelle machen. Als Kind habe ich immer mit Libellen gespielt. Du nicht? Nein, ich habe sie zerquetscht. Sie haben einfach, äh, Sensoren entwickelt, um Energiequellen aufzuspüren. Hm, ziemlich primitiv, aber für unsere Zwecke genügen sie. Hahaha. Kriegt sie leider Angst. Sie wird jetzt Daten direkt an dein Stirnband senden. Sie hat eine Kamera- und einen Sensormodus. Und? Probier's aus. Folge mir. So, ich hatte hier vorhin... Wo war das? Hier war das, genau. Den hatte ich noch gesehen. Äh... Ja, jetzt können wir hier, glaube ich, damit scannen. Die Libelle scannt für uns. Und jetzt sehen wir auch, wo die Minen sind. Wir haben ein Filmband-Display sehen können. Ja, das hat... Ja, das ist ziemlich cool, oder? Ja. Ja, das ist ziemlich cool. Hehe. Kannst du mich durch die Minen führen? Ich kann nicht sehen, wo sie sind. Ja. Jetzt müssen wir sie auch noch hochgepackt, aber ist auch kein Problem. Solange wir hier nicht reintreten. Aber... Ich schaue mich hier genau um. Hier irgendwo Orbs rumliegen. Ja, und glaubt mir, wenn ihr da einmal reinkommt, äh... Die töten euch. Seid ihr sofort... Also seid ihr sofort tot. So, da liegen ja noch Orbs. Hier hinten nicht. Da drüben. Halt, ist doch noch was. Äh. Nein. Okay. Gehen wir hier weiter. Immer schön langsam. Ich denke mal, dass da hinten... Genau. Ui, 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 ui. Jetzt hätte ich es beinahe berührt. Das war riskant. Jetzt kann man wieder rennen. Ui, ui, ui. Moment mal, irgendwas stimmt hier nicht. Ja, auch wieder alles vermieden, wahrscheinlich. Ui, 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 ui. Gehen wir zu dem Gebäude. Ähm... Ja, ich trage dich gleich. Aber vorher... Ich muss sie ja da hinbringen. Vorher hole ich mir noch die beiden Orbs. Dann müsste ich hier rüber. So. Einmal hier durch der Bus. Mit ihr müsste ich jetzt eigentlich da lang. Aber... Wir gehen erstmal hier lang. Haut. Ach, hier soll ich alleine hochgehen. Okay. Schau mir hier erstmal um. Na, da kann ich doch hoch, oder? Genau. Ja, aber wenn ich mich zu weit entferne, kann sie mir... Kann sie mich auch töten. Aber ich hoffe mal, sie ist gnädig. Und lässt mich erstmal hier die... Orbs einsammeln. Weil sonst komme ich hier nämlich nicht mal rauf. Aber es sieht so aus. Ach so, weil ich hier nicht... Weil es hier nicht weiter geht. Eh nicht weiter geht. Deswegen sagt sie nichts. Okay. Aber jetzt hätten wir wenigstens schon mal hier oben die. Komm mit. Hey. Entschuldigung. Immer noch so ein Kratzen im Hals. So, müssen wir hier wieder zurück. Oh, da liegt ein Orb. Den möchte ich auch. Hier hoch. Die liegen da hinten. Ich denke mal hier rüber. Ja, wenn das Spiel denkt jetzt, eine Weile hätte ich jetzt L1 drücken können. Und... Dann zeigt es ein, äh... Wo man hin muss. Ja. So, der ist meine. So, hier gibt's keine. Versteckten Orbs. Aber da müssen wir hier rüber. Und... Der ist auch meine. Aber jetzt kommt gleich ein Feind, glaube ich. Wenn ich das richtig in Erinnerung hab. Ja. Und wenn er es schafft, hier von den einen in die Minen reinzuschmeißen, dann kriegt er, glaube ich, ein Trophäe. So. Er hat mich total abgelenkt. Jetzt muss ich mal gucken. Da ist noch einer. Oh, nicht weiter. Da hinten ist ja auch nur einer. Ich hab den vorhin gar nicht gesehen. Moment mal, dann geh ich natürlich zurück. Oh, nicht so weit. Hier hatten wir jetzt alles. Hier auch. Aber hier... Gab's noch was. Das hab ich hier vorhin von oben gesehen. So. Zurück. Was war das denn jetzt? Boah, hab ich mich jetzt erschrocken. Ich dachte, der springt jetzt... Der springt jetzt einfach in die Dinger rein. Mein lieber Schwede. Aber jetzt müssen wir ihr natürlich helfen. Na, springen da rüber, la. So, da hinten war auch noch ein Orb. Hab ich gesehen. Jetzt müssen wir sie da rüber schmeißen. Und dann schnell reagieren. Sonst wär sie jetzt runter gesegelt mitten in die Mine rein. Das war ganz schön knapp. Ja. Wen sagst du das? So, hier sind ja keine. Außer... Ah, jetzt kommt auch so eine Stelle. Da hinten ist nämlich... Ach, die kann ich... Den auch... Den kann ich gleich mitnehmen. Da kriegen wir unsere erste Munition. So, jetzt muss ich aber erstmal gucken. Den ein Orb da... Den möchte ich gern noch haben. Und dann muss ich über das Geländer hier rüber. Okay. Lenk ihn ab. So. Da ist der eine Orb. Den kriegen wir sonst nicht mehr. Sie ist noch nicht voll. Okay. Na, warten wir mal. So. Erstmal wieder zurück. Sonst reicht die Zeit nicht aus. Hier war ja kein Orb mehr. Ne? So. Jetzt. Zack. 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 Ja, äh... Ich hab aber Schutzschild. Und jetzt sieht er mich nicht mehr. Ha, ha, ha. So. Hier rüber. So, hier hat man ja zwei Möglichkeiten. Einmal unentdeckt hier durchzukommen. Da kriegt er auch eine Trophäe. Oder ihr macht alle platt. Deswegen sagt sie auch vorbeischleichen. Und in meinem Fall aber... Da ich ja auch die Orbs haben will. Und die, äh... Äh... Die natürlich... Beim ersten Mal bin ich hier auch durchgeschlichen. Ja, man könnte jetzt hier runter... Und dann... Aber... Ich entscheide mich für den Kampf. So. Und da ich den schnell erlegt habe, haben die anderen das nicht gehört. Aber ist mir eigentlich egal. Wir können ja mal erst hier rüber. Moment. Moment, Moment. Hier hoch. Ich hole mir erstmal die Orbs hier. Und da unten haben wir auch nochmal Leben. Und da, guckt euch da an, wie viele Orbs da sind. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich hier rüber... Und mir die Orbs trotzdem holen kann. Ne, sieht nicht so aus. Da würde ich auf jeden Fall da in den Dings reinkommen. Also, machen wir so platt. Hier, Peller. Ah, sorry. Ich kann jetzt gerade nicht... Das Handy ausschalten. Ja. Ja. Ja, habt ihr gesehen. Das sind also alles Punkte. Die selber... Aber wenn ihr die Trophäe oder Erfolg haben wollt, dann müsst ihr hier erstmal durchschleichen. Und dann vielleicht beim zweiten Mal durchspielen, wie ich jetzt... Dass ich sie jetzt eben zerstört habe, weil ich ja die Trophäe schon habe. So. Na, komm runter. Sprich doch da runter. Ah ja. Die haben sie gesehen, ja. Da hinten ist noch ein Orb. Aber ich glaube, die können wir uns nachher auch noch holen. Ja, ich muss dann sowieso nochmal runter. Aber erstmal müssen wir hier hin. Achso, erstmal muss ich einen Schnitt machen. Hm, okay. Wenn ich hier hin... Ja, aber hier liegen da auch noch Orbs. So, ich muss natürlich die Stange hier hoch. Aber ich sage mal, ich mache hier erstmal einen Schnitt und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Ands love it. Und vielen Dank fürs Zuschauen.